Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und hier laufen immer noch 10 Milliarden Pferde rum. Obwohl ich die schon runtergedreht habe, ich weiß auch nicht, wieso da trotzdem eine Milliarde Pferde spawnen. Aber das soll mir jetzt egal sein. Ich muss ja immer hier gucken. Habe ich nicht mit. Okay, ich brauche Holz. Ich habe geguckt, wie man die Esel mit Dingsens bestückt. Wie heißt das? Eichenholz. In der Kiste. Einfach eine ganz normale Kiste. So, zack, das reicht. Zack. So, auf zu unserem Esel. Oh, ja. Keine Druckplatte mehr. Das muss ich mal ändern. Das ist unser Bobby-Line da. Wo ist unser Esel? Ach, wie cool. Jetzt hat er eine Kiste. Ah, wie cool. Jetzt können wir den auch noch beladen. Aber nur eine hat ja, aber trotzdem voll praktisch. Dann können wir denen jetzt das ganze Zeug geben. Oh, kann man denen noch mehr Kisten geben? Äh, erstmal raus hier. Einerseits brauche ich ja jetzt eine Leine für den. Ich weiß ja, wie man die macht ungefähr. Muss ich gleich nochmal ein bisschen ausprobieren. Dann mache ich eine Leine und dann machen wir eine Höhen-Tour mit unserem Esel. Äh, Kiste haben wir ja. Aber, ja, das brauche ich. Schleim habe ich nicht hier. Der ist ja so blau. Der fällt ja direkt auf. Da ist ja Schleim. So, und dann hier. Eine zweite Kiste. Ey. So, eine zweite Kiste und dann. Ei, ei, ei. Das war so und so, glaube ich. Ne, das war nicht ganz. Ach so, einfach nur so. Zwei Stück kriegen wir da raus. Wunderbar, dann lassen wir den auch so. Ah, warte, hier kann ich noch was reinpacken. Äh, die Möhre nehme ich mit. Ansonsten kann ich hier nichts mehr reintun. So, äh, nee. Der soll da bleiben. So, da geht auch nichts mehr rein. Aber hier müsste noch was reingehen. Und ich habe immer noch nicht das Lager fertig gemacht. Oh, Fackeln, die brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss noch ein paar mehr machen. So, hier geht auch nichts mehr rein. Oben darf ich eigentlich nichts mehr reintun. Aber egal. Oben geht sowieso nicht mehr so viel rein. So, die Leine nehmen wir natürlich mit. Pflasterstein, äh, mh, hier lassen eigentlich. Haben wir was, was wir mitnehmen könnten. Fackeln. So, da können wir nicht mitnehmen. Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir? Ja, Heart of Darkness. Das ist das Wichtigste, was ich überhaupt brauche. Ich weiß noch nicht mal, was ich damit anfangen kann. So, wäsch damit. Äh, ja. So, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Äh, äh, eigentlich brauche ich das auch nicht. Pflasterstein ist wichtiger. Warte, und zwei Leine brauchen wir auch nicht. Äh, warte, das hier haben wir noch unten noch. Und dann brauche ich einen Zaun. Einen einzigen nur. Ja, super. Der ist da. So. So, den brauche ich nicht. Ja, ist einmal wieder einen. Oh, es regnet. Okay, cool. Hat sie ja schon relativ lang nicht mehr. Aber es regnet schon einmal in letzter Zeit öfter hier. Das finde ich cool. So, äh, wo war die Kiste? Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Die war hier, ne? Ja, die war's. Da oben drei Stück. Und ansonsten... Holz, 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 hallo? Das müsste eigentlich reichen. So. Ey. Einen Zaun brauche ich nur. Ja, zwei Stück haben wir. Nein. So, den Rest packe ich wieder weg. Einmal das hier, einmal das hier. Einen Zaun, den kann ich nicht wegpacken, ne? Oh, doch, doch, gar nicht. Tatsache. So, das war's, ne? Damit hätten wir alles, was wir brauchen. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir den Esel noch mit der Kiste bestücken können. Ansonsten reichen wir los mit unserem Esel. Äh, an den Pferden vorbei. Nein, die Kiste kann er nicht mitnehmen. Dann werde ich die Kiste wohl wieder wegpacken. Ich packe mir die einfach mal hier hinten in die Ecke. Wer weiß, ob ich die noch brauche oder bepacke. So, Eselein, da komme ich nicht durch mit dem Esel. So, machen wir einfach so. Dann hier wieder das hier hin. So, den Zaun brauche ich natürlich, damit ich den Esel hinterher anleinen kann. Na, gucken wir mal, dass wir eine Höhlentour machen. Nochmal. Obwohl wir das eigentlich nicht unbedingt brauchen, aber wir brauchen eine neue Schaufel. Und die Axt brauchen wir gar nicht. Okay, warte nochmal, kleine Esel. Warte, 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 warte. So, ich leine ihn mal eben da an, dann macht er keinen Umflug. Was ist die ja weg? Was, was, was? Halt. Was wollte ich eigentlich weg tun? Die Axt, aber ich brauche ein neues Schaufel. Ein neues Schaufel. Warte mal kurz da, ich muss mal ganz kurz ins Lager laufen, mein Freund. Denn da sind die Diamanten. Wenigstens etwas, was hier im Lager noch anständig ist. So, äh, ein Uhr. Ach, aber... Ne, warte, Holz habe ich aber hier. Äh, wir nehmen einfach das Eichenholz. Crafting Table haben wir auch. So, zack, zack, zack. Oh. Die packe ich mir hier hin. Und ansonsten, die Axt, ach, Axt, die Spitzhacke. Die wird noch halten, hoffentlich. Holz nehme ich sowieso einfach mal was mit. Zack, die Stöcke brauche ich dann nicht. Äh, ja. Das tue ich hier hin. Das werde ich, glaube ich, eh nicht allzu dringend brauchen. Und dann auch zu unserem Esel. Ösel. Ja, der steht einfach auf dem Zaun drauf. So, äh, aber das Ding ist weg. Die Leine ist weg. Warum ist die Leine weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Die Leine ist weg. Ja, super. Wo ist denn da jetzt die Logik? Warte mal ganz kurz. Du läufst nicht weg. Die haben wir hier reingetan, oder? Ich sehe sie nur nicht. Klappt schon mal super mit der Hüllentour. Der Esel, der wartet bestimmt auf uns. Das ist ein ganz lieber. Da ist sie ja. So, die brauchen wir nämlich. Ja, das Zeug liegt immer noch da. So, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da steht er. Äh, so. Kollege. Ach, da liegt die Leine. Ja, egal. Zwei Stück. Nehmen wir einfach mal mit. Dann schauen wir mal. Aber der ist nicht ganz so schnell wie das Pferd. Leider. Kann der auch schnell laufen? Nein. Kann er nicht. Egal. Lieber so als gar nicht. Und dann machen wir mal eben auf normal. und reiten endlich los zu unserer Welt. Da war Schwa schon, da war Schwa schon eine Höhle. Ach, die ganzen armen Endermen, die sterben gerade wegen den Regen. Naja, was soll's. Das ist ja nicht mein Problem. Oh. Das Laub hat leider keine Texturen. Ich möchte mich immer noch nicht drum gekümmert. So, das nehme ich mit. Und sorge damit dafür, dass die Schaufel noch schneller kaputt geht. So. Eine Spinne, eine Spinne. Aber die tut mir jetzt hier nix. Hoffentlich. Oh, oh. Nein. Nein, 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 nein. Boah, verdammter Creeper. Oh, was haben wir denn hier? Eine Höhle. Kommst du mit, Esel? Der folgt mir. Ja, das ist gut. Äh, hier ist aber nix. Ja, okay, komm, wir gehen zu Fuß weiter, Esel. So, es regnet immer noch, aber es wird hell. Das ist super. Äh, Esel. Ah, du wartest hier, hör, hör. Ich reite die mal lieber. Die Leine ist scheinbar wieder weg. Aua. Aua, aua. Ja, super. Super. Das funktioniert ja. Ach da, ich hab die Leine wieder. Das funktioniert ganz toll. Komm mit, Esel. Kommst du? Feiner Esel. Leine mit... Leine mitgenommen. Ja, okay. Wir gehen mal hier raus. Komm, 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 komm. So, die Leine haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Dann reiten wir lieber auf dem Esel, das ist zu anstrengend jetzt hier. Da links war zwar gerade eine Höhle, aber die ist mir zu langweilig. So, da hinten ist der Dschungel. Da waren wir zwar schon, aber... Der läuft aber ziemlich, äh, ja, ruckelhakelig, der Esel. So, ö ö ö ö ö ö. Oh, oh, oh. Oh, was ist denn? Das ist sehr witzig. Aber der fliegt hier so drüber. Das ist ziemlich praktisch. Der ist einfach so... Hui, der springt da automatisch rüber. Ich brauche gar nichts machen. Und selbst schwimmen kann er. Oha. Oh, und töten kann er mich auch. Eine Möhre essen wir mal. Warte mal da, Kollege. So, nehmen wir den wieder mit. Gucken wir mal, vielleicht finden wir was besseres. Wollt ihr ja nicht. Ist ja ganz schön hier, aber Höhle ist wohl hier nicht. Er macht merkwürdige Geräusche, wenn er so aufkommt, so dong. Oh, wieder hier hoch. Aber sehr direkt im Gegensatz zu dem More Creatures färbeln. Das finde ich gut. Also wirklich was... Yay! Oh! Kollege, was ist los? Schwimmst du nicht so gerne? Der schwimmt nicht so gerne, der Freund. Scheinbar. Und der Hof will er auch nicht. Nein, nein, nicht mich umbringen. Okay, durch Laub geht das noch. Weit und weit keine Höhle in Sicht. Na, super. Aber ein Wald. Gehen wir mal herum, rum, herum. Oh, okay. Oh, ein Pferdchen. Wir kommen hier überall hin, nur nicht in irgendeiner Höhle. Und ich glaube, es war keine so schlaue Entscheidung, den Insel mitzunehmen. Der hier sowieso nirgendwo durchkommt. Ah, hier kommt er nicht durch. Hier kommt er nicht durch. Das dauert natürlich Stunden. Das auch. Ah, noch schneller. So, das müsste reichen. Jetzt kommen wir durch. Oh, ein Elefant. Ein Schleimbau. Das heißt aber, ein Schleim. Gut, hier kommen wir nicht durch. Okay, dann würde ich sagen, mach mal hier mal die Folge zu Ende. Wenden wir mal die Folge. Du bleibst hier. Warte, warte, warte. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ciao. Ciao.